Oberfranken liegt im Norden, im fränkischen Teil des Freistaats Bayern und grenzt an die Bundesländer Sachsen und Thüringen sowie die bayerischen Regierungsbezirke Unterfranken, Mittelfranken und Oberpfalz. Eine Außengrenze existiert zum Verwaltungsbezirk Karlsbad der Tschechischen Republik. Verwaltungssitz des Bezirks und zugleich Sitz des Regierungspräsidenten ist Bayreuth. Es ist sowohl ein Regierungsbezirk als auch ein Bezirk als Selbstverwaltungskörperschaft. Letzteres bedeutet das Recht eigene Wappen und Fahnen zu führen. Der Name Oberfranken bezieht sich auf die Lage zu einem Fluss, in diesem Fall dem Main. Entsprechend liegt Oberfranken an dessen Oberlauf und Unterfranken am Unterlauf. Diese Benennung geht zurück auf die Bildung des Main-Kreises im Zuge der von Graf Monschillas 1808 verfassten Konstitution des Königreichs Bayern. Die Einteilung der Territorien wurde dem französischen Vorbild angeglichen und orientierte sich primär an Flussnamen. Seit der Wiedervereinigung gilt Oberfranken wieder als ein Herzstück in der Mitte Europas. Die Tourismus- und Industrieregion Oberfranken hat eine landschaftliche und kulinarische Vielfalt und eine Vielzahl an Unternehmen. Wappen und Flagge Blasonierung über rotem Schildfuß darin drei silberne Spitzen, zweimal gespalten, vorne in Gold ein mit einer silbernen Schrägleiste überdeckter, links gewendeter, rot bewährter schwarzer Löwe, Mitte gefiert von Silber und Schwarz, hinten fünfmal geteilt von Schwarz und Gold, belegt mit einem schräg gestellten und geschwungenen grünen Rautenkranz. Das Wappen erinnert im oberen Teil an die drei maßgeblichen historischen Territorien in Oberfranken. Der schwarze Löwe auf goldenem Grund am linken Rand steht für das Hochstift Bamberg. Das gefiert von Silber und Schwarz versinnbildlich das Hohenzoller Schema Graftum Brandenburg-Bayreuth während der rechte Teil in Gold, Schwarz und Grün das Herzogtum Sachsen-Koburg darstellt. Die Symbole der drei ehemaligen Gebiete stehen auf dem fränkischen Rechen im Schildfuß. Die Flagge Oberfrankens stellt eine auf dem Kopf gestellte weiß-rote Frankenfahne mit mittig angeordnetem Bezirkswappen dar. Frühere Gliederung Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Regierungsbezirke Mittelfranken und Oberfranken gemeinsam verwaltet. Gliederung seit 1972. Der Regierungsbezirk Oberfranken umfasst vier kreisfreie Städte und neun Landkreise. Kreisfreie Städte Bamberg, Bayreuth, Coburg, Hof, Landkreise Landkreis Bamberg, Landkreis Bayreuth, Landkreis Coburg, Landkreis Forchheim, Landkreis Hof, Landkreis Kronach, Landkreis Kulmbach, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Größte Städte Geografie Landschaften Coburger Land Fichtelgebirge Frankenwald Fränkische Schweiz Bayrisches Vogtland Asberge Obermainland Obermainisches Hügeland Nördliche Fränkische Alb Regnitztal Münchberger Gneisplatte Steigerwald Flüsse Main Saale Regnitz Regnitz Kösein Bröden Haslach Itz Weißmain Wiesent Rotach Konach Steinach Selbitz Eger Ölschnitz Ölschnitz Rössloh Geschichte Vor- und Frühgeschichte Johann Friederich Espar beschrieb bereits zwischen 1774 und 1790 einige Höhlen der Fränkischen Alb und J.B. Fischergruppe 1788 die Grabhügel von Mistelgau im Landkreis Bayreuth aus. Die älteste Anwesenheit von Menschen wird durch Werkzeuge aus Lüdet aus dem Risswurm Interglazial belegt, die der Neandertaler fertigte. Die nächsten Artefakte sind wenig jünger und stammen aus dem Preselutren von Kösten, einem Stadtteil von Lichtenfels. Das frühe und mittlere Spätpaleolithikum ist in Oberfranken bisher nicht, das Jungpaleolithikum undeutlich vertreten. Der Nachweis von neolithischen Siedlungen der Band Keramica, die ab 5500 v. Chr. auftraten, ist besonders im Bereich des Altneolithikums im Malental möglich. Hier sind unter anderem mehr als 50 vor- und frühgeschichtliche Erdwerke oder Ringwelle bekannt, deren Größe zwischen 3 und 50 Hektar schwenkt. Die größten liegen in Hetzles, Rötlers und Wiesentau Schleifhausen im Landkreis Forchheim und auf dem Staffelberg in Bad Staffelstein Romanstal im Landkreis Lichtenfels. Grabfunde liegen aber überhaupt nicht vor. Die bedeutendsten Fundplätze sind zwei Höhlen, die Jungfernhöhle von Tiefenellern und der Hohle Stein bei Schwabtal. Siedlungen aus dieser Zeit, die untersucht wurden, sind Altenbanz und Zilgendorf. Auch die nachfolgenden Kulturen sind hier bis in die frühe Bronzezeit nicht sonderlich stark repräsentiert. Siedlungen fehlen sogar noch aus der mittleren Bronzezeit. Die Hortfunde von Forchheim und Heufeld belegen jedoch die relativ dünne Besiedlung in der Frühzeit. Die Anwesenheit von typischen Artefakten zeigt eine Orientierung nach Hessen und Thüringen. In der Urnenfelderzeit werden die Spuren deutlicher und die Zahl der Depots nimmt zu. Gräber wie das sogenannte Adelsgrab von Egoldsheim, Landkreis Forchheim gewähren Einblicke in diese Polkalkultur. Die nachfolgende Heilstadtzeit ist durch Gräber und Grabhügel stark vertreten, sodass von einer dichteren Besiedlung auszugehen ist. In der Latenezeit war Oberfranken ein Kernbereich der tönernen Pferde, Plastiken, auch zahlreiche Funde römischer Herkunft wurden gemacht. Mittelalter und Neuzeit in der Völkerwanderungszeit dehnten zuerst die Thüringer ihren Einflussbereich nach Oberfranken aus. Nach Clodwigs Sieg 496 n. Chr. Über die Alemannen in der Schlacht von Zülpich geriet zunächst das westliche Maingebiet unter fränkischen Einfluss. Als im Jahre 531 auch die Thüringer geschlagen wurden, geriet das ganze Maintal unter fränkische Herrschaft. Es war jedoch auch slawische Zuwanderung zu beobachten. Das Gebiet des heutigen Oberfrankens bestand später im Wesentlichen aus den zwei historischen Territorien des Hochstifts Bamberg und des Hohensollanschen Fürstentums Bayreuth. Nach der militärischen Besetzung Bambergs durch das Königreich Bayern entstand am 29. November 1802 zunächst die bayerische Provinz Bamberg, die am 1. Oktober 1808 in Mainkreis umbenannt wurde. Das Königreich Bayern kaufte das von 1806 bis 1810 als Pace Reserve unter französischer Herrschaft stehende Markgraf Tum Bayreuth für 15 Millionen. Fross von den Franzosen und übernahm es am 30. Juni 1810. So entstand der Obermainkreis mit Bayreuth als Hauptstadt. Den Namen Oberfranken trägt der Bezirk seit dem 1. Januar 1838 in Anlehnung an das Herzog Tumfranken, in dessen ehemaligem Ostteil erliegt. Seine Abrundung erhielt der Bezirk, als zum 1. Juli 1920 der Freistaat Coburg nach Bayern eingegliedert wurde. Kleinere Veränderungen des Gebiets von Oberfranken brachte schließlich die bayerische Gebietsreform von 1972. Wirtschaft Die Region Oberfranken hat die zweithöchste Industriedichte Europas. Am Wissenschafts- und Industriestandort sind viermal mehr Hidden Champions als im Bundesdurchschnitt angesiedelt. Die Innovationskraft der Region zeigt sich auch verglichen mit dem Bundesdurchschnitt in der doppelt so hohen Anzahl an Patentanmeldungen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt gehört Oberfranken zu den wohlhabenderen Regionen der EU mit einem Index von 113. Über ein Viertel aller Betriebe sind Automobilzulieferer. Wichtigste Industriebranchen nach Beschäftigtenzahl sind Kunststoffwaren, Maschinenbau, Keramik und Glas. Metallerzeugnisse, Textilien, Nahrungsmittel. Tourismus Oberfranken hat innerhalb Europas eine sehr hohe Industriedichte. Der Raumhof Bayreuth-Kulmbach zählt zu den wichtigsten Textilzentren Deutschlands. Der Landkreis Wunsiedel ist das Zentrum der deutschen Keramikindustrie. Der Raumlichtenfels-Koburg ist Zentrum der deutschen Polstermöbelindustrie. Die wirtschaftlichen Interessenvertretungen Oberfrankens sind die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth, die Industrie- und Handelskammer zu Coburg sowie die Handwerkskammer für Oberfranken mit Sitz in Bayreuth. Kunst und Kultur. Im Abstand von ca. zwei Jahren wird der Kulturpreis der oberfränkischen Wirtschaft an Personen vergeben, die sich um das kulturelle Leben in Oberfranken verdient gemacht haben. In der zweitgrößten Stadt Oberfrankens finden jährlich die Wagner-Festspiele statt, auch bekannt unter dem Namen Bayreuther Festspiele. Im Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte in der Altstadt in Bayreuth ist die Kulturservicestelle des Bezirks Oberfranken untergebracht. Im Jahr 2015 kühlte sie erstmals ein oberfränkisches Wort des Jahres, wobei die Wahl auf Wischkästler fiel. Daneben gab es aber auch weitere Vorschläge wie Herrgotz-Mogala und Etzala-Schutzgebiete. Im Regierungsbezirk gibt es 95 Naturschutzgebiete, 70 Landschaftsschutzgebiete, 113 FFH-Gebiete, 9 EU-Vogelschutzgebiete und mindestens 565 ausgewiesene Geotope. Das größte Naturschutzgebiet im Bezirk ist das Muschelkalkgebiet am Oschenberg. Siehe auch, Liste der Naturschutzgebiete in Oberfranken, Liste der Landschaftsschutzgebiete in Oberfranken, Liste der FFH-Gebiete in Oberfranken, Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Oberfranken, Liste der Geotope in Oberfranken. Verkehrserschließung Autobahnen A3 ein etwa 10 Kilometer langer Abschnitt bei Schlüsselfeld liegt in Oberfranken. A9 E51 gut 100 Kilometer zwischen der thüringisch-bayerischen Grenze bei Berg und Plech im südlichen Landkreis Bayreuth. A70 E48 A72 E441 bis 16 Kilometer zwischen dem Beginn am Autobahndreieck Bayrisches Vogtland im Landkreis Hof und der bayerisch-sächsischen Landesgrenze bei Drogen A73 A93 Bundesstraßen B2 B4 B15 B22 B6 und 20 B85 B89 B173 B279 B289 B303 E48 B505 B470 Bahn München Nürnberg Bamberg Lichtenfels Saalfeld Jena Berlin Dresden Chemnitz Plauenhof Markdretwitz Bayreuth Nürnberg Sonneberg Coburg Lichtenfels Bamberg Forchheim Nürnberg Regensburg Markdretwitz Hof Gera Leipzig Nürnberg Markdretwitz Eger Würzburg Bamberg Hof Bayreuth Flugverbindungen keine nur Privat- und Firmenflüge unter anderem vom Verkehrslande Platzhof Plauen, Radwege Mainradweg, Saale-Radweg, Wanderwege kurze Strecke des Rennsteigs, Frankenweg, Fränkischer Gebirgsweg, Höhenwege im Fichtelgebirge, Main-Donauweg, Main-Wanderweg, Saar-Schlesienweg, Jean-Paul-Weg, Bezirk Der Bezirk Oberfranken bildet gemeinsam mit den anderen bayerischen Bezirken die dritte kommunale Ebene des Bundeslandes. Die Kernaufgaben des Bezirks liegen im sozialen und kulturellen Bereich. Die Organe des Bezirks sind der Bezirkstag, der Bezirksausschuss und der Bezirkstagspräsident. Bezirkstagzusammensetzung Bezirkstagspräsidenten Nach Einrichtung der Kreise als höhere Kommunalverbände erhielten sie auch eine Legislative. Diese hieß zunächst Landrat, deren Mitglieder Landräte, die Vorsitzenden des Gremiums hießen Präsidenten des Landrats, Präsidenten des Kreistages, Präsidenten des Bezirksverbandstages. Seit 1954 werden sie als Präsidenten des Bezirkstages bezeichnet. 1829-1830 Franz Ludwig von Horntal 1832-1833 FRHR Karl von Domeneck 1833-1833 FRHR August Feuth von Salzburg 1834-1836 FRHR Karl von Domeneck 1837-1839 Christian von Landgraf 1840-1841 FRHR Karl von Rittwitz 1841-1842 FRHR Ernst von Waldenfels 1843-1844 Karl Vetterlein 1846-1848 FRHR Ernst von Waldenfels 1848-1851 FRHR Karl von Domeneck 1852-1863 FRHR Oskar von Seefried 1863-1868 Moritz Steinhäuser 1868-1879 FRHR Julius von Rotenhahn 1879-1900 Theodor Muncker 1900-1908 Dr. Josef Schmidt 1908-1919 FRHR Alexander von Feilitsch 1919-1928 Adolf Wächter 1929-1933 Nikolaus Schmidt 1933-1938 1933-1938 Vakanz 1938-1942 Willi Liebel 1942-1954 Vakanz 1954-1962 Hans Rohlwagen 1962-1982 Anton Hergenröder 1982-2003 Edgar Sitzmann Seit 2003 Günther Denzler Regierungsbezirk Der Regierungsbezirk Oberfranken ist gebitsmäßig identisch mit dem Bezirk Oberfranken. Er ist der Zuständigkeitsbereich der staatlichen Mittelbehörde Regierung von Oberfranken, Regierungspräsidenten von Oberfranken. Anmerkung 1933 bis 1948 gemeinsamer Regierungspräsident mit Mittelfranken.